In diesem Video zeigen wir, wie Sie Ihre LED-Beleuchtung über Google Home per Sprache steuern können. Wir nutzen dabei einen kleinen Google Nest Mini der zweiten Generation. Die Google-Systeme haben typischerweise kein Zigbee verbaut. Wir benötigen also ein Gerät, das von Google Home auf Zigbee übersetzt. Diese Aufgabe kann eine Bridge übernehmen. Die meisten unserer Kunden nutzen die U-Bridge von Philips. Anhand dieser zeigen wir den Aufbau. Für die Steuerung der LEDs benötigen wir einen Zigbee-LED-Controller wie unseren LK-115U. Als Leuchtmittel nutzen wir ein RGBW-LED-Band mit 24 Volt. Wir haben hier bereits das 24-Volt-Netzteil mit dem Controller verbunden und an dessen Ausgang das RGBW-LED-Band angeschlossen. Nun lernen wir den Controller an die U-Bridge an. Diese ist mit unserem Internet-Router verbunden. Genaueres können Sie der Anleitung der Bridge entnehmen. Über die Philips-U-App können wir nun den Controller unter Einstellungen, Lampen, Suchen. Drücken Sie fünfmal die kleine schwarze Proc-Taste am Controller oder trennen und verbinden Sie diesen mit dem Netzteil. Der Controller geht in den Pairing-Modus und wird von der U-App gefunden. Ab und an benötigt es hier mehr als einen Versuch. Ist der Controller angelernt, können Sie die neue Lichtquelle benennen und sofort in U testen. Weisen Sie die Lichtquelle anschließend einem Raum zu. Unser letzter Schritt ist nun das Verbinden von Google Home mit der U-Bridge. Gehen Sie zu Einstellungen, Sprachassistenten, Google Assistant. In der Google Home App können Sie Google Home mit Philips-U verknüpfen. Gegebenenfalls ist ein Login bei Philips-U notwendig, wo Sie Google Home die Verknüpfung erlauben. Anschließend sucht Google Home alle verbundenen Geräte. Weisen Sie die Lichtquellen gegebenenfalls auch hier einem Raum zu. Nun können wir den LED-Streifen mit den Google Home-Befehlen steuern. Probieren Sie. Okay, Google, Deckenlicht auf blau. Okay, Google, Deckenlicht auf warm-weiß. Okay, Google, Deckenlicht voller Helligkeit. Okay, Google, Deckenlicht auf minimale Helligkeit. Okay, Google, Deckenlicht auf lila. Okay, Google, Deckenlicht auf grün. Beim Aus- und Einschalten merken sich die Controller die jeweils letzte Einstellung. So können Sie auch weiterhin normale Lichtschalter einsetzen. Okay, Google, Deckenlicht auf facebook. Vielen Dank.